Jeder von uns verbindet Stehen und Gehen mit Selbstständigkeit. Und das ist das größte Ziel der Rehabilitation, gerade im Bereich der Neurologie. Um Hilfestellung zu reduzieren, brauche ich mir Selbstständigkeit. Und das Gehen und Stehen, zum Beispiel das Verlassen des Rollsturz, alleine Wege zu meistern ohne Hilfsmitte, sind ein enormes Freiheitsgefühl. Der Lokomat Nanos wirkt erstmal sehr komplex in seiner Handhabung, aber umso öfter man ihn einsetzt und wir sind mittlerweile so trainiert, dass wir das ganz schnell anbringen können an den Patienten, sodass wir ganz wenig Zeit brauchen, um die Vorbereitung zu treffen und dann schon direkt mit dem Training starten können. Viele Patienten, gerade auch chronische Patienten, die sehr lange betroffen sind, erleben sich neu. Also die Wahrnehmung ist ganz beeindruckend, für viele Patienten überhaupt zu stehen, zu gehen und auch im Gesamten sich neu zu erleben in einer Bewegung, die sie selbst initiieren. Das ist ein ganz spannendes Phänomen für viele Patienten. Seitdem ich den Unfall habe, informiere ich mich allgemein auf den neuesten Stand, was es für Möglichkeiten gibt oder was es für Trainingsmethoden gibt auf der ganzen Welt oder auch bei uns allgemein in Deutschland, weil mich das halt interessiert, weil ich vorankommen möchte, es war ein tolles Gefühl, wieder stehen zu können, wieder mit den eigenen Beinen den Körper aufzufangen und das Laufen, wieder die Bewegungen, diese aufrichte Position zu haben und dann laufen zu können. Das ist halt schon so wie früher, hat sich das ein bisschen angefühlt. Das war schon echt ein Erlebnis, sag ich mal. Man muss die Zusammenarbeit mit dem Perapeuten haben. Das schweißt einen zusammen und man ist ein Team zusammen. Man denkt sich vielleicht noch andere Übungen dafür zwischendurch mal aus zusammen, was man verbessern kann, wo man auch vielleicht Erfolge erreichen kann. Man steckt sich zusammen in Ziele, die man erreichen möchte. Besonders gerade auch querschnittsgelähmten Patienten gibt es auf jeden Fall das Gefühl, wieder stehen zu können, auch laufen zu können. Vielleicht auch nicht ganz selbstständig, aber das kann man ja dann noch erreichen und ich denke, dass es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut ist, mit dem Lokomaten zu arbeiten. Der Patient ist mein Kunde und das gilt für die ganze Medizin. Und einem Kunden muss ich immer versuchen, das Beste zu bieten und dazu gehört heute auch das evidenzbasierte Arbeiten, dass er wirklich das, was er bei uns lernt, versucht, in den Alltag rüberzubringen, dass er im Alltag besser wird. Es müssen einfach viel mehr Zentren gegründet werden, die die Geräte der HOKOMA mit einsetzen, um bundesweit den Patienten auch die Hilfestellung zu geben, die sie verdient haben. Die Geräte der HOKOMA mit einsetzen,